und damit willkommen zurück zu einer neuen folge let's play elton ring und ja wir sind immer noch dran uns ein wenig zu leveln denn wir wollen ja zwei waffen nutzen bzw eine davon und haben in der letzten folge wieder erfolgreich ein dungeon abgeschlossen und befinden uns jetzt hier in einem dorf was eigentlich in einem sumpfgebiet giftgebiet ist und ja hier werden wir uns noch ein wenig umgucken wir haben ja auch schon einige bekannte getroffen die leider derjenige verstorben aber wir haben ein siegel bekommen was uns allerdings nicht wirklich viel bringt da uns die zweite hälfte noch fehlt und ich keine ahnung habe wo ich herbekommen soll aber das ist erst mal nicht so wichtig oh gott stimmt das war er scheiße stimmt das war er gewesen oh gott hilfe ich wollte jetzt gerade schön okay scheiße gut das lief schon mal interessant aber wir haben ja auch einen neuen zauber asche des schimmerstein zauber aus den können wir jetzt beschwören und ich würde sagen let's go natürlich wird er jetzt nicht so gut sein wie manch andere das war geil schön von hinten rein das gefällt mir gut sehr schön ok hier gibt es nichts man doch hier war noch einer ok wir können über die brücke dort wollen wir noch nicht da können wir jetzt als nächstes hin aber ich glaube mein freund wird gleich verschwinden deswegen ist das ein wenig oder wir können jetzt hier lang gehen ok ist er noch da oder verschwindet er verschwindet natürlich verschwindet er zauberer sind kacke alter ernsthaft ok cool nein auch schade hätte gut kommen können so was haben wir hier schönes hier ist doch irgendwas groß ist irgendwas großes doch hier naja gucke mal irgendwas groß ist na es ist ein gegner so ein richtiger gegner und natürlich wofis sind auch wieder mit am start ach komm so so die fresse junge durchbruch ok und die blöden hunde wieder natürlich warum auch nicht natürlich wenn man weiß der gegner ist zu schwach dann einfach mal hinterher rufen da wird alles leichter aber jetzt muss ich noch mal gegen den da scheiße nein 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 weg 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 ich will erst mein loot haben und dann können wir weiter sehen so mein freund hallo oh wow scheiße oh geil alter ist nicht wahr ist nicht ich muss weg ich muss weg ich muss weg scheiße die blöden köder weißte sowas regt einen auf ok ok er will er will also es auf dieser ort und weise machen gut wenn er so will dann rufe ich meine wölfe und dann ist das ding gelaufen ne also es ist mir auch egal was der kann ich muss nur mein zeug behalten und alles ist gut beziehungsweise wieder einsammeln beziehungsweise wieder einsammeln greift auch noch ein falschen an oder was so na so geht es doch auch so ist doch auch schön kümmert euch um den hund genau ich sterbe in der zeit what the fuck was war das denn jetzt ok das war ja jetzt mega sinnlos ja 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 Alter So, sehr gut Autsch Okay, erstmal reinkommen Ich verstehe es nicht Ich verstehe es nicht Man hat wirklich einmal eine Chance Was zu reißen Danach geht alles bergab Warum Es klappt doch alles so gut Und dann geht doch alles wieder bergab Alter, der Zauber, ne? Ähm, hallo Okay, danke So Jetzt aber Shit Fire Fire Scheiße Back, back, back So Wie fühlt sich das an, hä? So, du Arsch Knotentalisman des Schmerztiegels Verringert die Wucht von Kopfschüssen Und den durch Kopfschüssen erlittenen Schaden Aha Klingt ja ziemlich interessant Aber Ja, was soll mir das jetzt sagen? Nun Nix Was ist das? Okay, gucke ich gleich mal Dankeschön, mein Wolf So Okay Was ist das? Brunenbogen Cool Gut zu hören? Was? Gut, da hinten waren wir Genau Ja Ist das tot? Das sieht nicht gut aus, ne? Okay, lieber Ach, scheiße Na, okay Gut Oh Tod Ja, geil Ist das wirklich tot? Ist das wirklich tot? Schön, der verzögerte tot Wow, interessant Wow, interessant Und der Zauber ist halt Dealführend, ne? So Geht doch Scheiß Verfolgungszauber Willst du mich verarschen? Nein 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 Okay Gut Das war anscheinend eine richtig schöne Okay Okay, gut Gebiet verlassen Ist das ein Kack Okay Okay Das war's für heute. Das stimmt und wir haben hier eine neue Waffe bekommen. Das haben wir auch bekommen. So, ich hau ab hier. Ihr könnt mich mal. Toll, toll. Sehr schön. Es schlägt auf jeden Fall schnell zu. Ausdauer ist jetzt auch nicht so wenig. Also relativ gering, die wir verlieren. Schon eine schnelle Waffe muss man sagen. Ähm. Oh. Hallo. Oh, die ist... Oh, hallo. Die ist ja wirklich gut. Okay. Mega gute Waffe. Mega gut. Da würde ich sagen. Let's fight. Woah. Tschüss. Sehr gut. Sehr gut. Schöne Kristallwaffen. Eindeutig. Sehr effektiv. Ach. Ach. Gleich noch einer. Who knows. Out. Ouch. So. Gib, gib, gib. Wunderbar. Und noch eine. Alter, das wird jetzt hier wirklich das Krabbenfest. Oh. Autsch. Oh shit, was macht der? Schlaf. Und das war's. Natürlich. Oh wow, bist der Gott. Und weg. Oh nein, ich bin vergiftet und bekomme minimal Schaden. Der aber wiederum gegen... Oh Gott. Okay, das war schlecht. Ähm, hallo? Danke. Okay, ich bin weg. Ahaha. So, hier haben wir noch einen übrig, ne? Okay. Alter, du bist da wohl. Alter, du bist da wohl. Aber, du bist dauernd, du bist dauernd. ein schatz sehr gut feuer mensch rüstung ok schwerfällig ok immer noch mein gott ich bin einer von euch lasst mich in ruhe scheiße guck da ganz böse ja geil das finde ich gut so sehr schön ein schuss jawohl oh mein gott das war cool so gewicht ist erhöht und wir können weiter reiten auch macht er nicht bei seinen eigenen leuten schaden wie manch andere kommen so fuck ne falle ne falle die kleinen wichte von nebenan ne falle 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 Shit. Sehr gut. So. Man hört sie halt schon lachen. Und das ist halt das Schöne. So, hier sind wir wieder zurück zum Anfang, zum Ursprung. Hä? Oh, ich hab das, ja, ja, ist okay, ist okay, shit. Hä, das erste Mal, dass ich davon kaputt gemacht werde, oder was? Nee. Sehr gut. Ich frage mich halt immer noch, was das bringt. Außer diese Fragmente. Sehr gut. So, hier war böse, ne? Ach, hier war halt drauf. Ähm. Äh. Achso, ich kann noch... Hä? Die fliegen da einfach noch rum. Wie süß. So, wo gehen wir als nächstes hin? Hier war der Zauberer, ne? Komm, wir versuchen es nochmal. Wir versuchen nochmal unser Glück in dem Zauberturm, wo der böse Zauberer ist, der uns immer wieder wegsnackt. Okay, now. Okay, now. Okay, now. Okay. So, jetzt habe ich erstmal Ruhe vor dem auf dieser Ebene. So, wo ist er? Da ist er. Oh shit. Okay. Sehr gut. Ich würde am liebsten durchrennen. Oh, jetzt kommt die Feuer, äh, jetzt kommt die Kacke. Okay, komm, ich riskiere es. Nein, falsche Anvisierung. Okay. Wo ist er? Der ist jetzt da oben, ne? So. Für alle Fälle. Ich weiß nicht, was auf mich jetzt zukommt. Ah. Ich weiß nur, dass es hier irgendwo enden wird, sobald ich das eingesammelt habe. Nein. Okay. 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 Tierenischer Schimmersteinstab. Ja. Brauche ich nicht. Zauber eh nicht. So, wo bist du? Da ist er. Ja. Okay. Ja. 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 Was? Scheiße. Nein. Er hat sich bewegt. Oh Mann. Nein. Heiming ist scheiße. Oh, komm. Ey, wenn ich... Wenn ich... Ne. Tja. Tja. Alter, Alter, hör doch mal auf, mein Gott. Was ist hier oben, komm wir gehen einfach mal einen anderen Weg, mal gucken was es fahrt. Oh Gott, das ist ja, oh ja genau, Ratten, wie ich es liebe. Ich tue mich gerade selber auf das Verhängnis, ne? Okay, cool. Oh scheiße. Ratten. Oh was? Ähm... Noch höher? Das will ich verarschen. Himmelstalisman. Okay. Geht's noch höher oder geht's wieder bergab? Okay, es geht wieder runter. Wie ruhig das aber jetzt ist, ne? Dass hier jetzt keiner auftaucht, dass er mich nicht irgendwie mit seinem Zauber runterholen will? Komisch. Aber okay. Mich soll's nicht stören. Oh Gott. Hehehe. Alter. Wo ist er? Da ist er. Wo ist er? Okay. Jawoll, du Drecksau. Magischer Platzregen, okay, cool, wir haben es geschafft, Alter, und ein Talisman bekommen, ähm, ja, verstärkt die FP Regeneration von Himmels Tränen, okay, okay, sehr cool. So, goldene Rune. Haben wir jetzt das Gebiet komplett gecleared, oder was? Aber anscheinend kommt er wieder, ne, das war jetzt kein Gegner, der für immer weg ist, oder? Oh, guck mal. Natürlich überleben die wieder, weißt du? Die müssen immer überleben, es ist so mies. Aber man kommt da drauf? Ha, okay. Okay, gut, haben wir das auch geschafft. Wenn ich da jetzt gestorben wäre, Alter, das wäre so böse. Okay. Okay. Hmm. Oh, fuck. Das Problem ist, wenn ich da hingehen will, ist es der Tod, da ist der Tod. Oder? Ich muss mal kurz gucken. Hm, schade. Man kann halt nix machen für die, ne, das ist das Traurige. Etwas gehört auf diese, auf dieses Protest. Hm. Aber was? Was gehört da drauf? Ich riskiere jetzt nochmal. Shit. Shit. Oder vielleicht passiert da was, wenn ich was drauf lege. Sofern ich das irgendwann finden sollte. Lass mal erstmal. Warte mal. Gut, da haben wir erstmal das abgeschlossen. Das ist schön. Ähm, wo kann man als nächstes hin? Hier war noch was, ne? Grab eines Randvolkshelden. Ja, gut, wir müssten theoretisch eigentlich nochmal in diese besondere Höhle gehen, die wir ganz am Anfang haben, ne? Also, Friedhof der Gestrandeten. Der erste Schritt muss man eigentlich nochmal gehen. Der erste Schritt muss man einfach gehen. Was? Unser Freund ist nicht mehr da? Bravo. Was? Ihr seid ohne Jungfährt, dann ab nach Lyonia mit euch. Sucht nach der Rosenkirche westlich der Torstadt. Junior mit euch. Okay. Ha. Gut. Was ist das? Ähm, was ist das da hinten? Warum sieht das so zerstört aus? Ich dachte jetzt die Geräusche. Okay, das sieht gerade sehr interessant aus da hinten. Ja, das sind halt jetzt alles One-Shot Gegner, ne? Das Gebiet ist halt komplett schon fertig, deswegen läuft das ja alles easy. Aber was ist das? Warum ist mir das noch nicht aufgefallen? Verbrannte Ruinen. Hier waren wir ja auch schon, ne? Genau, hier war der Hund. Hier waren wir schon drinnen, oder? Ich muss nochmal gucken. Sorry. Ja, oh Gott. Hier waren wir. Doch. So, okay. Nee, das haben wir. Was? Oh, scheiße. Okay, das war eine Falle. Okay, das war eine Falle. Deswegen haben wir die Kiste nie geöffnet. Hä? Wer redet da? Konnten die schon immer reden? Hallo? Hallo? Alter, der Schaden ist halt ein Witz, ne? Wie? Ja. Ja. Wie? Kann das nicht? Wie? Wie ist das? Wie? Was ist das? Wie? 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 Ich bin. ich will da jetzt hin lass mich dahin verdammt so hallo ach komm du bist ja du bist mittlerweile auch nur noch ein witz das ist doch ein witz bist du willst du so witz attacke haben die noch irgendwas gutes wir wissen ja wir können auch so drauf gehen ohne irgendwie was besonderes auslösen zu müssen okay 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 das war okay okay ich hab's ich hab's übertrieben es tut mir leid es tut mir auch es tut mir leid ja es tut mir leid nicht böse werden oh mein gott das geht auch krasser scheiß krasser shit okay gefällt mir gut weißt du am anfang noch so voll die heftigen gegner ich will nur gucken ob ich da noch was oder ob ich das schon aktiviert hätte also sammelt hatte ja das habe ich schon gesammelt gut weiterfahren warte mal war hier nicht die war hier nicht die eine zauberin gefangen sehr schön so lass mal kicken hier war doch noch irgendjemand gefangen weil ich halt nicht weiß ob ich sie erlösen kann muss oder ob ich sie befreien kann ach nee stimmt hier war es sie gewesen die mit uns redet und sagt wie habt ihr euch entschieden genau genau das war die geschichte gut das ist schön wir haben noch keine okay fast hätten es geschafft aber leider okay 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 Was ist das? Goldener Feder Tieffuß Okay Oha War das schon immer? Ist da oben das... Oh, was ist denn... Hä? Sprössing, süße Sprössing des glorreichen Goldes Er ist... Ist eure Kristallträne gereift Äh... Haben wir schon das Vergnügen gehabt? Gott Schon so viel und Weiß man schon gar nicht mehr, was eigentlich Sache ist Ja, hier war ich auch noch nicht Okay, da liegt was Oh, scheiße Ähm... Oh Cool, ne Falle Schön Ist gut jetzt Beruhig dich Dankeschön Okay, das hatte ich auch noch nicht Einfach mal eine schöne kleine Falle mit eingebaut, weißt du? Glück gehabt Oh Oh Ähm... Ja, ich bin Da Okay, da müsste ich ja theoretisch hier gegen die großen Bären relativ bessere Chancen haben Weil ich ja schon so vor... Äh... Geschritten bin Wie zum Beispiel gegen den hier Ich sehe schwarz Yeah, geil Das war's dann schon Oha Ähm... Woop woop Yes Shit Okay Oh mein Gott Ernsthaft? Wow Okay, das gab jetzt ordentlich... Also, ordentlich, ne? Je nachdem, wie man's betrachtet Ähm... Opferzweig Schön Opferzweig Natürlich lebt er wieder... Natürlich lebt er wieder... Was ist's? Cool Okay, das war's dann... Was ist das? Was ist das? Okay, das war's dann... Was ist das? Ich bin da... Ich bin da... Ah, scheiß aufs Gift. Oha. Ah, scheiß. So, sehr schön. Alles wegmachen. Ah, scheiß aufs Gift. Ah, scheiß aufs Gift. Okay, würde ich sagen, auf nach oben. So, oh. Mist. Das finde ich nicht gut. Oh. Nein. Nein. Ja, und jetzt sind wir wieder schwerfällig. So, zack. Genau. Hier war ich schon, ne? Nee, hier gibt's noch was. Sehr gut. Na komm. So, okay. Zauberer. Warum ist dort ein Zauberer? Oh, was? Okay. Gibt es hier etwa noch was? Oh, innen eines Wegpunkts. Ähm. Okay, aber war ich hier nicht schon? Sind hier nicht die ganzen... Ja, toll. Wow, ich bin im Kreis gelaufen. Geil. Ich liebe es. Schön, schön, schön. Hm, hm. Wow, okay, cool. Okay, cool. Ich bin im Kreis gelaufen. Ich bin im Kreis gelaufen. Ich bin im Kreis gelaufen. Ruin von Nebelwald. Aha. eine falle nähe schmiedestein cool schmiede das ist das ist hier ich verstehe und tschüss ja ja das ist hier oder äußern doch waa und okay ich will trotzdem noch mal gucken was es hier gab wenn überhaupt sehr gut haben wir den jetzt auch endlich mal gelegt wenigstens einmal legen das ist immer gut hallo mein freund hallo 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 how nice of you to stop by again please buy something won't you zeig mal her was hast du denn aha mhm wäre praktisch komm gib her ah ne warte so dackeschön tschau tschau so 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 warte mal ich kann da runter ich versuche es mal ok aber was zum teufel ist da unten äh läuft schiss ähm ähm warum kann ich da hin warum kann ich da hin so okay schuss let's try wow hä tschau Okay, nochmal. Also, ich will das jetzt wissen. Oh. Ich will das jetzt unbedingt wissen, wo da lang ist. Oder ist das, nachdem wir Radan zerstört haben, also besiegt haben, aufgetaucht? Ah, jetzt muss ich den ganzen... Okay, die Falle wird immer wieder ausgelöst. Ich dachte nur, wenn man da hinkommt. Oh, shit. Nein, ich habe keine Zeit für Alter, das waren ja zwei. Okay, also zwei auf einmal wäre für mich selbst zu heftig. Wieso habe ich das nicht gelootet, hä? Uiuiuiui. So. Okay, das bringt nix. Nochmal gucken. Ähm. Hä? Hier ist es doch, ne? Hier ist es doch. Ach, warte mal, man kann hier runter. Ja, toll. Ach, na super. Interessant. So, und jetzt gibt es hier nix mehr, ne? Okay. Ähm. Oh Gott, ich hab Angst. Ich habe Angst. Okay, bitte, bitte, bitte. Dankeschön. Ah, ja. Mein Nuh? Okay, cool. Hm, hm. Ähm. Ach so, einfach fallen lassen. Natürlich. Warum auch nicht, ne? Okay, zerstörte Runen. Ist das jetzt die Befreiung oder was? Schlaffett. Geil. Schlaffett. Ähm. Ich meine, wir waren schon in dem Brunnen, weit unten, und jetzt sind wir in einer anderen Stadt. Ernsthaft? Und der Weg ist so bescheiden, dass jeder kleinste Fehltritt zum Tode führt. Sehe ich das richtig? Oh Gott, na, äh, Mr. Blob. Äh, Mr. Blob, Hand. Äh. Auch nö. Ne, keine Phalanx, oder? Ist das Phalanx? So was ähnliches? Ist das flüssiges Metall? Scheiße. Äh. Das schlimmste wäre halt wirklich, wenn ich jetzt abstürze hier. Aua. Genauso nämlich. Oder Unterfalle. Oder Unterfalle. Nein, tschüss. Okay, nur Fliegen ist schöner. Heranwachsender Schmetterling. Ja, dankeschön. Den brauche ich auch voll. Gott, jeder kleinste Fehltre... Was zum Teufel ist das bitte? Wie gut. Da denkst du, du hast alles bereits gesehen. Und dann kommt dir einfach mal sowas noch entgegen. Ja, und kein Feuer zum Safen, ne? Oh, wehe. Wehe. Danke. Okay. Äh. Geil. Nice. Oh, sch... Natürlich. Ähm. Okay. Oh, dankeschön. Okay, cool. Oh, noch zwei Leveln, dann haben wir's. Nocron, die ewige Stadt. Geil. Ja gut, dann würde ich sagen, das war eine weitere Folge Let's Play Elton Ring. Wenn's euch gefallen hat, wen wir gerne ein Like da lassen oder eben einen Kommentar. Und ja, in der nächsten Folge werden wir uns dann dieses nette Gebiet hier mal angucken. Wer weiß, was wir alles hier Schönes finden werden. Und vielleicht kriegen wir genug Runen zusammen, um unsere Waffen, die wir nutzen wollen, freizuschalten. Und ja, bis dahin erstmal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.